Satyra, ich bin fast wegen dir verreckt. Wieso wegen mir? Ich mach doch gar nichts. Ja, ich muss doch für dich Glossdown holen. Musst du nicht? Ich hab nur gesagt, wer Bock hat, kann das gerne machen. Also hast du Bock auf Sternen. Ja, mach ich. Ja, dann viel Spaß. Ja, du musst mich dann schon noch bezahlen. Ja, ich bezahl nicht. Mit Aufmerksamkeit. So wie die YouTuber das machen mit den Designern. Ist mir egal, für was du bezahlst. Hauptsache du bezahlst mich. Ey, ich bezahle. Alter, ich bezahle schon die ganze Zeit für dich, weil du hier bist. Das tut mir so weh, ne? Ich bezahle die ganze Zeit dafür. Willst du jetzt dein Grab sehen? Nö, interessiert mich nicht. Willst du dein Grab sehen, Alter? Diese Frage, die ist so komisch. Willst du dein Grab sehen, damit du schon mal Probeliegen machen kannst, ne? Jetzt hab ich mir aber extra Müll gegeben mit der Grotte. Ach man, ey. Ach man, komm, bitte leg dich in dein Grab. Komm schon, leg dich in die Grotte, komm schon. Glossdown, willst du? Ich hab auch Glossdown. Ja, wenn ich nicht haben darf, dann eher damit. Wow. Warte, hab ich noch Glossdown? Ich hab noch Glossdown-Staub. Zwei Stück. Krass. Gut da. Danke, danke. Ich glaub, das reicht schon. Ne, reicht gar nicht, ne? Kein Plan. Ich guck mal. Hm, Glossdown. Wo war Glossdown? Äh. Wir brauchen Enderman. War das nicht hier? Oder wo war ein Glossdown, ey? Ja, es ist jetzt gerade Nacht, also kannst du es ruhig suchen. Bei den Fakten. Äh, 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 da. Da, wo du Fockeln kauftest. Da. Nice. Nice. Hab den Glossdown, äh, nicht den Glossdown, sorry. Hab einen Erfolg freigeschalten. Das ist schön für dich. Deswegen sind wir hier. Ach, ich hab schon alle Erfolge. Ein Ghast mit einem Feuerball zerstört. Scheiße, stimmt, ich hab auch meinen Lapis-Lazui verloren. Fuck, ich hab keinen Lapis-Lazui mehr. Fuck it. Ich hab keinen Lapis von dir. Das wäre jetzt echt zu bunt hier. Ich hab auch gar... Ich hab 16 gehabt oder so. Egal. Ich hab keinen von dir bekommen. Ich kann dir eins decken. Also, wenn du es nicht mehr brauchst, dann her damit. Äh, die Rüstung ist im Arsch. Du kannst von mir dann eine halb kaputte Diamant-Rüstung haben. Na gut, halb ist ein bisschen untertrieben. Ich meine, wirklich fast ganz kaputt. Also, die ist wirklich ziemlich im Arsch. Sehr doll im Arsch. Die kriegst du da grad bestimmt nicht mehr raus. Du kriegst immer 5 aus deinen 2-Libern raus. Okay. Ich hab gar nicht verstanden, was ich grad gewaffelt habe, aber... Ja, das ist in Ordnung. Ich hab auch nicht zugehört. Das ist alles cool. Das ist alles cool. Oh, nice. Quads. Ich mach die ganze Zeit Werbung. Für Quads. Ach, wo ist meine 1-6-Qua... Das weiß ich doch nicht, Mann. Ja. Da gibt's immer noch Lapis. Weißt du, dein Manneken pisst die von dir echt behindert aus. Weißt du das? Das ist wunderschön. The glory. The glory. For the glory! Nein! For the glory! Weißt du, wenn ich mir nen Bogen mache, machen wir von hier aus Bogen-Duelle. Ich aus meinem eigenen Skin und du von deinem Turm. Ich mach dich kaputt. Raxi, ich geb dir nen Tipp. Bau den Arm geradeaus und mach dir ne TNT-Garno da drauf. Oh, das ist aber ein schöner Tipp, oder? Das ist das hier. Ja, dann kommst du nicht so weit bis zu meinem Haus. Dann kommst du jetzt hier aus. Und dann willst du irgendwie so einen 20-Meter-Arm bauen. Ja, genau. Sodass die TNT-Kanone so nur einen Block weitergeht. Sodass die TNT-Kanone nur noch einen Block von meinem Turm entfernt ist. Nur so lange brauchst du dann deinen Arm. Du brauchst dann noch so ein paar Stützen ran aus Holz, damit es aussieht, als hättest du irgendwie so ne Gehhilfe. Ähm... Satyr, weißt du, dass ich zu mein Leib und Leben riskieren für dich, für deinen scheiß Gloucester? Du musst es ja nicht machen, wenn du gefraffene Bock hast. Ich hab nicht gepuckt, aber ich brauch Geld. Danke, hier kriegst du mal ne kaputte Rüstung, wenn du willst. Geld, vor allem. Bitte, bitte. Äh, lol, was? Warum hat er dich nicht geworfen, Mann? Hier. Hier. Die ist wirklich ziemlich im Arsch. Viel Spaß damit. Okay. Lol, siebsten... Boah! Siebsten da bis dazu, die genauso viel hatte ich gehabt. Fast in die Lava rein. Okay. Da steht noch was. Wusste ich gar nicht. Ja, genau wie ich, Alter. Weißt du, die steht da oben schon auf der Mauer. Denkt mal an gar nichts, Alter. Werde die Attacken vom Gas ab. Aber auf einmal bumm. Fall in irgendein Scheißloch. Ist jemand interessiert an einem Grab? Ja, ich. Ist jemand interessiert an einem Grab? Wer möchte einen Grab? Grab? Ich hab Gräber zu verschenken. Wer möchte einen Grab? Hast du einen Friedhof gebaut? Oder wie? Ne, ich hab ne Grotte gebaut. Willst du die haben? Was für ne Grotte? Wo bist du? Hier. Direkt auf der anderen Seite einfach. Zeig mal die Grotte. Aber bitte nicht die von deinem... Ah, wir lassen das lieber. Sag mal, du aufzuzielen. Das ist... Achso, das ist da... Achso. Okay. Oh, das ist aber wunderschön. Jetzt finden wir noch ein paar Blumen. Willst du die kaufen? Willst du die kaufen? Willst du die kaufen? Willst du die kaufen? Was willst du denn? Warum? Alter, was ist die los? Ich hab Gloucester und... Ich hab mal ein bisschen gefarmt. Wie muss die loswerden? Weiß ich nicht. Was willst du denn da? Ich hab grad mein Lab und Leben riskiert und hab mich da... Oh, an 13... Nein, sorry, an 3 Gas vorbeigeschlingelt. Meine Versicherung ruft an. Deine Versicherung, als hättest du eine. Ich find den Heimweg nicht mehr, Leute. Hast du Pisch gehabt? Ey, kann mal jemand kurz ins Neto kommen? Oh, ich seh den Hexer. Wo ist der Ausgang? Oh, das ist das... Ey, lass mich, liebe. Ich bin... Ja, lass mich, liebe. Da drüben ist niemand noch zu Platz. Ah, jetzt kommt die Trasse wieder zur Tür aus. Ah, ja, ich seh den Ausgang. Alter, ich seh nichts. Sorry. Hat irgendwer noch Blumentöpfe? Was greifst du mich an, Alter? Hä? Was willst du? Lauf mich doch an. Wuckst du auf, oder was? Nee, ich hab dich gar nicht angegriffen. Ich schieße hier nicht mit Bogen. Guck mal, da ist er hier oben. Lucky Man N.S.T. schießt hier mit Bogen. Ich nöch. Du taggst hier voll den Falschen, Alter. Ey. Direkt, Digga. Verlass ich. Digga. Das kann er. Nein, nein! Ach man, ach man. Was ist denn? Leute, war hier gerade noch irgendein Vieh? Leute, das war immer weg. Leute, auf die schießen. Machen doch gar nichts, Alter. Ich weiß, ich bin überhaupt hier am Farmen. Suchen wir jetzt Zombies, weil die Mobfarm immer besetzt ist. Und Leute immer rummeckern. Nee, Mobfarm, Alter, ist total langweilig. Die Mobfarm ist nicht immer besetzt. Ja, aber trotzdem wollen die Leute immer in die Kommentare rum. Dann renne ich jetzt hier einfach fünf Meter rum. Kill alles, was ich finde. Dauert zwar ein bisschen länger, aber ey. Wenn die Leute nicht rummeckern, tut man auch alles für seine Fans. Closed-Down, nice. Ich werde mehr bezahlt. Ich habe drei Stacks Closed-Down. Scheiße, Gas, Gas. Darf ich ein bisschen haben, Stab? Nice. Hexe, weggerackt. Taube See bekomme ich ein bisschen Closed-Down. Ich bräuchte so vier Closed-Down oder sowas. Also natürlich. Wenn du mir bezahlst, dann ja. Alter, sind die Skelette irgendwie noch mehr Hardcore oder was? Was willst du für ein paar Closed-Down? Loll. Egal, ist ein Loch. Mellon? Oh, ein Enderman. Ach man, warum tut der Potenzial aus? Dann weg, wenn ich ihn sehe. Ich wollte die jetzt richtig hart geben. Nein. Kommt her, ihr kleinen Fischer. Ich mache euch weg. Ah, sorry, warte, ich gebe es dir. Komm her. Mach kaputt. Nein, nein, du kannst die haben. Äh, ich bin nur umbaut. Smile, lass, geh weg. Ich habe es gefunden. Loll. Ich brauche die Glowstone. Alter. Ich brauche die Glowstone. Für was brauchst du sie? Ich brauche selber was. Was denn? Okay, das war knapp. Ist egal. Das war verdammt knapp gerade. Wenn ich jetzt runtergeschossen werde. Warum sammle ich die Pfeile nicht auf? Doch, meine Güte, das geht doch. So, erstmal wieder Pfeile sammeln für Rysix. Ui. Was ist mit mir? Ich sammle gerade ein paar Pfeile für dich. Die schicke ich dir dann rüber, ne? Schön, den Rücken reinzurammen. Ja. Ja, ja. Seit wann kommen eigentlich, seit wann spawnen eigentlich? Hat jemand Interesse an einem Magma, äh, Würfeln oder wie man das nennt? Magma-Crab? Der hat mich nie mal angeschaut, Alter. Was für ein abgehobener Creeper. Schaut mich nie mal an und explodiert. Magma-Crab? Ja, ja. Was willst du dafür haben? Was hast du? Ich hab ein Grab. Zu verkaufen. Rysix, ich würd da nicht zu begeistert, das ist dann so Sache, weil sonst macht das dann noch teurer. Ja, was, ja, ich komm da drauf an, wenn das halt überträut, dann kauf ich so oder so nicht. Also. Was würd's mir denn geben? Auf die Fresse. Was würdest du haben? Ein Schlag in den Nacken. Ein Schlag weniger am Abend. Ich will fünf normale Dias und... Wieso? Andere Dias? Außer normale? Oder was? Ich hab nicht mal einen Dias, Alter. Fünf normale Dias, ja, langsam. Wer, wer, wer wollte Dias? Ich hab noch, glaub ich, 16 Stück oder so. Ja, ich hab noch ein paar Stacks. Ich hab nur so viele Dias. Ich hab null. Ich hab noch ein paar Stacks. Holz. Ein paar Stacks Diablöcke. Hast du Holz? Wer hat Dias? Wer hat Dias so Fische-Schinken? Ich hab eine Menge Dias. Ich hab sogar noch Dias. Warte, warte. Wie viele Dias hab ich denn noch? Ich habe noch ganze drei Stacks Diamant-Blöcke. Hm. Achso, ja. Ich hab noch 36 Dias. Wie viele hab ich noch in meiner Ender-Schiss? Also, fünf Dias plus, ähm, ein Stack, äh, Das ist hier, ich kann nicht toppen. Eichen-Stämmel. Das ist viel zu viel, Alter. Was für ein Fick. Drei Dias. Drei D- Allein das, also, zu fordern. Drei Dias für den fucking Magma-Schleim. Das ist ein bisschen heftig, ne? Ein Dias und ein Stack, ähm, Holz-Stämmel. Da hier. Da hier. Da hier. Da hier. Stopp. Da, Dandy's. Ich würde nicht in dein Haus gehen. Wurde es verbannt, Junge? Da steht ein Creeper unten im Keller. Steht ein Creeper. Da beim Zauber-Tipp. Ist das da verbrannt? Hä? Nein. Sag mal, hast du Stöcke? Da, jetzt gleich hier rechts. Hast du Gründe? Ich glaube, sie hast du Stöcke. Ich brauch Stöcke. Ja, hab ich. Warte. Hier, gib bitte. Seht's ein Stock. Äh, äh. Ja, da braucht ihr mal ein Anal-Stöckchen. Hinter dir. Hier hat jemand, er hat die Stöcke einfach unbekannt zu Stock. Hinter dir. Äh, ohne K. Da. So schlimm? Ein Stock oder was? Hat er dir jetzt einfach einen Stock gegeben oder was? Der ist hier oben dahinter. Der hat sich einfach unbekannt zu Stock mit ohne K. Ja, das ist ein Stock, Alter. Was ist denn hier? Ein Zuckerrohr. Hast du jetzt ein... Willst du die kaufen? Willst du die kaufen? Was kaufen? Oder willst du die kostenlos haben? Ein Zuckerrohr. Ein Stack Holz. Was ist das hier? Eichenholz. Das ist eine Grotte. Wenn du die haben willst. Ein Stack Eichenholz, okay? Warum brauchst du eine Grotte? Wer wird wohl mit Klammer Einzwechlichkeit? Keine Ahnung, mir ist langweilig. Achso, okay, ja, gut, kann ich nachvollziehen. Jungs, jetzt... Merde, langweilig ist... Ah, Reix ist ein Stack Eichenholz. Wann, hab ich grad echt geschossen? Verdammt, jetzt hab ich Fall weniger. Reix ist wieder aufgesammelt, nice. Für den Magma-Creme. Ähm, Zucker... Nein, nein, danke. Einen halben? Nein. Wer Reixix mit dem Bogen abschießt, kriegt... Bis er stirbt, äh, kriegt ein Diamant von mir. Ein einzigen Dia, sonst nix. Leute, wer will einen Bogen mit Klammer Einzwechlichkeit? Ich. Reixix ist ein Feuerball für einen hier. Der Boss, der Boss möchte den Bogen haben. Wieviel möchten Sie? Okay. Ähm... Äh, Diamant-Blöcke. Ich geb dir zwei Diamant-Blöcke. Komm runter, ich geb... Reixix, komm runter, wir raus hier. Ich hab dir ja nicht dabei, ich musste wieder an den Ender-Chest. Ich geb dir für den Bogen... Okay, aber ich geb dir den Magma-Creme schonmal. Ich geb dir für den Bogen zwei Diamant-Blöcke. Ja, tut... Was? Ich geb dir zwei Diamant-Blöcke für den Bogen. Ja, mach ich. Wie viel... Was hast du auf dem Bogen drauf? Wart mal, was? Wann setzt du hier nicht alle Wasser rein, sonst... Nein! Mein Gott, ey. Was hast du auf dem Bogen drauf? Ich schwöre, Diamond. Ehrlichkeit eins, ähm... Hier, Flamme eins, Kraft zwei. Oh, mein Gott. Was willst du dafür haben? Was willst du für den Bogen haben? Was machst du hier oben? So. Warte, ich hab den... Geh wieder. Warte, du, Digga. Also, ich geb dir zwei Diamant-Blöcke für den Bogen. Ja, mach ich. Hier. Ich geb dir drei. Aber was ist auf dem... Was ist drauf? Nein, nicht mit meinem Bogen. Von irgendeiner hat... Was ist drauf? Ja, dann geb ich dir zwei Diamant-Blöcke für den Bogen. Ich geb dir fünf Diamant-Blöcke. Ich geb dir fünf Diamant-Blöcke. Ich geb dir fünf Diamant-Blöcke. Ich geb dir zwanzig Diamant-Blöcke. Ich geb dir zwanzig Diamant-Blöcke. Oh, okay. Dann... Ich geb dir fünf. Ich geb dir zwei Stacks Diamant-Blöcke. Wie sieht das aus? Okay, ja. Ne, mein ich. Ich geb dir fünf Diamant-Blöcke. Ja, okay, wer willst... Wer willst zwanzig Diamant-Blöcke? Ja, okay, wer willst du zwanzig Diamant-Blöcke? Das ist doch so was. Scheiße. Ich hab die noch von früher. Hier. Ist die Tür? Hier. Was? Hier. Was soll ich da jetzt damit? Äh, nein. Sorry, warte, warte. Sorry. Was willst du jetzt? Was willst du... Du kriegst doch nicht meinen Bogen. Bist du bescheuert? Du hast doch gesagt, du verkaufst deinen Bogen. Nein, ich will von jemanden den Bogen, der Unendlichkeit hatte. hör doch mal zu ich will den unendlichkeitsbogen haben ja ich will den unendlichkeitsbogen was willst du für den unendlichkeitsbogen satire du kriegst ne grotte und 20 dia blöcke was wollt ihr jetzt alle von mir was hast du gerade gesagt 20 dia blöcke ja du hast 20 dia blöcke ich hab die noch von früher von dem komischen blütscher da ja weil so viele dia blöcke sollte eigentlich gar keine mehr im projekt momentan haben ja die soll eigentlich als ich kann die von mir erst noch verbrennen 20 diamant blöcke sind schon ein bisschen also kann die von mir verbrennen wenn ihr wollt kann man den bogen nicht verbessern wenn man zwei bogen miteinander nimmt ja ich hab letzte letzte woche habe ich eben ein deal gemacht mit du kannst du bitte weg gehen von meiner farm was machst du überhaupt hier willst du einen bogen haben ja du zeig doch mal lakman ich nehme den bogen was willst du dir und blöcke wie viel jetzt zeig mir doch erstmal ich gebe dir drei blöcke in die hand ok was willst du für diesen schwachen bogen haben doch mal zu deinem haus lakman was für schwachen bogen schwachen bogen was zu finden schwachen bogen haben ich war das jetzt nicht so heftig was willst du erfahren warte jemanden ich würde so viel wieviel es geht der ist nicht so heftig der bogen ist ja was ist denn auf dem bogen drauf der ist der hat gar gar nicht ein bisschen stärker aber ein bisschen egal nein ich ja komm gib an mir ich zahle dir was du willst aber komm her also wie sie jetzt hier auch komm her zu mir lakman ich bin hier bei stampys haus bei deinem haus und stahls du weißt nichts haus wieviel dias willst du haben siehst du jetzt wirds hier gedirt mit die ganzen glitschten scheiße die diamanten haben keinen wert die haben einfach gar keinen wert wo bist du lakman da wo bist du krieg holz was willst du denn haben lakman lakman ich zahl dir wieviel willst du nein hallo es ist schon abgemacht du hast gar nichts mehr hier zu suchen wir haben das ist schon fertig hier ich will heute zu sagen ey man das ist schon fertig rizeks kriegt den bogen ich kill rizeks dann hab ich den bogen ist alles schon abgemacht so wie sieht es aus was willst du doch haben ich will ich werfe okay ich will ähh halt kurz pch holz 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 dass die craften geschenkt 여러� цex zweites weiter d z já6 jetzt kaleist vex disease von was hein normales ja uh oh normales holz ab ijזt Stampy, was willst du von mir? Ich geh vor... Willst du mein Haus weiterbauen? Hä? Zwei Stacks normales Holz und verarbeitet. Gibst du mir den Bogen? Ja, und verarbeitet. Ja, ähm... Wie viel Dias? Ich geb dir zwei Blöcke. Alter, geht doch mal weg, Alter. Ich brauch diesen Bogen. Keiner in diesem Projekt braucht diesen Bogen so sehr wie ich. Doch! Ich? Ich brauch ihn. Lugman! Lugman! Verkaufst du mir für zwei? Ich bin jetzt nicht schwul. Ist aber so. Gibst du Risings, du stehst drauf. Verkaufst du mir für zwei? Ich will mich verteidigen können. Zwei Dias Blöcke. Verkaufst du mir. Zwei Dias Blöcke sind jetzt auch nicht so viel. Drei. Ich will den Bogen für fünf Stacks Dias Blöcke. Was? Das hast du gar nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht, ja. Da. Da.